Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade 3. Heute geht's weiter mit der Hauptstory, aber vorher holen wir den letzten Helden, den Kryton. Da wird mir Erlanger jetzt nochmal sagen, wo ich den finde. Und dann geht's, wie gesagt, weiter mit der Hauptstory. Ähm, Kryton. Wo muss ich hin, Erlanger? Warte, du hast mir doch im Discord geschickt. So viel Zeit muss sein, weil den brauche ich auf jeden Fall noch, bevor ich in der Story weitermache. Äh, äh, äh. So, diese Insel. Habe ich die Insel schon? Hagan Point Camp. Deine In... Deine... Map ist halt komplett auf... Äh... Habe ich? Warte, wir machen hier erstmal die ganzen Dinger weg. Wie ich wenigstens ein bisschen mich orientieren kann. Ah, guck mal, da ist das Ding. Und die da von rechts. Okay, von hier aus rechts. Von hier aus nach, äh, äh, Osten. Wo ist jetzt mein scheiß Schiff? Wieso ankert das Schiff jetzt... Sauer. Von hier aus ist es eh besser. Ja, ja, also jeder Insider sagt... Also es... Es macht auch einfach nur Sinn. Es macht auch einfach nur Sinn, dass sie das, ähm... Auf die Switch bringen. Also es würde halt... Es würde gar keinen Sinn machen, das nicht zu tun. Nimmst du jetzt für YouTube auf? Yes. Alle mal Hallo YouTube sagen. Nehm jetzt eine Folge Xenoblade auf für YouTube. Deck mal die gesamte Map auf. Ne, danke. Dank für das Angebot. Aber nein. Danke. Äh, ja, und von hier aus jetzt... Äh, diese Insel wahrscheinlich hier, ne? Dat fette Ding. Das ist immer so eine Rieseninsel, ja. Hier anlegen, denke ich mal. Oder Erlanger? Hier ist gut, oder? Kaphargan, ja. Hier geht's hin. Hallo, Jujub. Ach, was wir mal machen können. Auch für YouTube. Da freut ihr euch doch bestimmt. Stärkste Heldenklasse. Ja, ich hol jetzt die Stärkste Heldenklasse. Hier, Stufe steigern. Bam! Vier Level hoch. 75 haben wir. Das ist wie der Game von seiner besten Seite. Danke. Also, ähm, äh, du kannst mal auf Twitter, Jasmin, Marco Maro folgen. Dem folge ich ungefähr seit zwei Jahren. Und der hat bisher... Jeder Tweet von ihm. Alles, was er bisher gesagt hat, ist immer... Ähm, wahr geworden. Der hat extrem, extrem gute Kontakte zu Nintendo. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Insider dort, der da arbeitet oder so. Keine Ahnung. Ähm, alles, was der tweetet... Passiert einfach. Genauso wie er es tweetet. Und der hat gesagt... Also, der ist sich hier nicht immer so ganz sicher mit den Zeitlinen... Mit den Timelines, weil Nintendo hin und her schiebt oft. Was ja auch Sinn macht. Das heißt, er kann jetzt nicht genau ein Datum sagen und da und da passiert das. Weil das kann's bei Nintendo wahrscheinlich eh nie. Aber alles, was mit den Game-Releases und alles, was noch kommt und alles. Wirklich alles. Hat er vorhergesagt. Marco Maru. Ja, und der hat halt auch gesagt, dass die ist Doppelpack. Also eigentlich, auf jeden Fall dieses Jahr... Es war halt immer so ein bisschen die Frage, wann Breath of the Wild 2 kommt. Weil Nintendo eigentlich keine zwei Zelda in einem Jahr released. Und da letztes Jahr schon feststand, dass Breath of the Wild verschoben wird... Ich bin hier falsch, ne? War dann halt immer so die Frage, wann das kommt. Das Doppelpack ist safe schon fertig. Das wartet nur auf den Release. Vielleicht kommt da auch demnächst irgendwann ein Shadow Drop. Vielleicht auch zu Weihnachten oder so. Man weiß es nicht. Äh, Erlanger. Wo muss ich hin? Du hast gesagt, ich muss hier hin. Norden oder Süden? Du musst erst die Katze mit dem Mech schauen. Und wie schaue ich die Katze mit dem Mech? Da spielt die Szene. Danke. An einer sehr kleinen Insel in der Nähe. Hier drin, in dem Geding hier. Das da. Die daneben. Okay. Ich gucke hier trotzdem mal eben. Da ist nämlich so ein Ding. Danke für den Lörg. Drei Stück frech. Greif mich gar nicht an, Lull. Ich gucke mich gar nicht an, Lull. So, er sagte die daneben. Mit den spitzen Steinen. Das heißt, die hier. Ah, das ist auch ein Fragezeichen. Was ist das? Ich gucke aber erst die Kiste. Wichtig. Oder auch nicht. Ich hatte ja gesagt, ne, alle, ähm, Cutscenes werden übersprungen, bis auf die, ähm, Story-Cutscenes. Wer da alles sehen möchte, gerne das Game selber spielen. Wir können nicht, also, ich habe die ersten, die ersten 20 Folgen oder so gemacht, aber das geht nicht. Ähm, jetzt kann ich auch die andere da, ne? Die andere Insel da vorne. Wenn wir uns hier jede Cutscenen angucken, dann sind wir nächstes Jahr noch dabei. Die hellen Cutscenen sind teilweise besser als die Story. Mag sein, aber ich kann nicht, also das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Und jetzt? Ja, die Kistalle. Ja, Kistalle. Schau, da. Aha. Männer der See. Hey, ich war hier eben, da war nicht Kolonie 15. Tausend Meter. Das sind... Musst du überlegen, das sind tausend Meter. Die du geskippt hast. Ah, perfekt, da ich sie geskippt hab. Ups. Was? Freuden. Geilfisch. Wir haben ein paar neue Freunde gemacht. Der guthalte Freudenfisch. New colony entries have been registered This isn't worth our time All set and ready to tumble Let's go and try to do it You are the victors Uniform Good Dragons 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 We're coming Going in Oh, I'm expecting something crutchier next time. Nothing a bit of teamwork couldn't handle. Whatever happened to not being careless? Whoa, got a rep. I hope it made them happy. That dude all right here. Well, we've been found. I'm expecting something crunchier next time. Where? He got the blood pump and it leaked. Egal was es ist, es ist viel zu groß. Das sag ich dir so wie es ist. Es ist viel zu groß. Ich weiß auch nicht, was hier sich dabei... Da willst du mir sagen, Breath of the Wild ist zu groß und zu leer. Was ist das denn dann hier? Also wenn ihr Breath of the Wild ist zu groß... Hier ist das etwas parachute. Und dann muss ich das ein Weg wieder erinnern. KatjaM Throw? Also wenn der Bressel-To-Wall zu groß und zu leer ist, was ist das dann hier? Muss doch Tage dauern. Also ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, wirklich. So langweilig kann mir gar nicht sein. Ich hab's ja versucht, aber ich hab's auch gegeben. So langweilig kann mir gar nicht sein. So langweilig kann mir gar nicht sein. So langweilig kann mir gar nicht sein. Ich hoffe, die Helden-Mission ist nicht so lang. Die sind teilweise nicht echt lang, die Helden-Mission. Ich will auf jeden Fall gleich eine Story weitermachen. Ja, also die Steuerung-Verbot. Man kann's gar nicht richtig beschreiben, wie scheiße es ist. Also es kann sich nicht drehen, wenn du kein Gas gibst und es bleibt halt an der Ecke hängen, obwohl die Ecke halt noch gar nicht da ist. Das heißt, die Collision, du hast halt so viel Platz noch und da ist schon eine Kollision. Du kannst es gar nicht richtig manövrieren. Und die Kollision ist so eng, wenn du die ganze Kante aufdecken willst und bis zur Kante gehen willst, es geht einfach nicht. Es ist ganz, ganz hackelig. Ist ja dumm, wie soll ich denn da... Naja, das Navi hat's man schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es macht Sinn. Ich bin so schrecklich. Haben wir noch ein Snacks? Hey, so, können wir sprechen? Ah, ein Supply Drop! Ach Nöööö. ...that Grinden der Klasse, muss ich das auf einem anderen Charakter grinden? Oder kann ich es auf dem Charakter grinden der es erbt. Also muß ich es für einen anderen Charakter grinden oder nur für den der es erbt. Weil ich habe noch... 34 Silbermünzen, die würde ich dann ausgeben. Mit jedem muss das Grinden Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden Wie das mit dem Grinden geht Weil wenn ihr hier guckt Mein Kamuravi auf Noah Ist immer noch gesperrt Und ich habe den hier schon auf 20 trainiert Auf 15 Also das mit den Klassen freischalten Überleg mal ich habe das ganze Game Ich bin im siebten Kapitel Und ich habe die Ich habe nötig mal Essil Die ich ganz am Anfang bekommen habe Für jeden freigespielt Und ich habe schon voll viele Gegner besiegt Die auch höheres Level waren Macht gar keinen Sinn Ah Ah Und dieses ganze Das Laufen hier Das ist so öde So schön das Game auch ist Es fehlen einfach ein paar Ein paar Sachen Ich brauche ein Moped Oder irgendwas wo man sich schneller vorbewegen kann Es ist alles so riesig Ist das schön dass hier die Welt so riesig gemacht hat Aber bitte lass mich schneller laufen Die Rare Biene Okay Ich musste grinden für X-Gems Ich werde keine X-Gems grinden von daher Muss ich mir die auch nicht merken Mir reichen 8 oder 9er Gems Bis später Jasmin Soll ich dir schreiben dann Für Mario Kart Mario Kart geht in 40 Minuten los Was ist denn über den Punkt erreicht Befehlen Dass sie die ganze Karte aufdecken soll Die spielt das ja auch Bist du eigentlich weiter als ich Tatia Ich bin jetzt hier Haupthandlung Sprich mit Samon Werde ich eh alles aufdecken Ja viel Spaß Ich wünsche ihr ganz viel Spaß damit Sechs Stunden glaube ich nicht Das kann gar nicht sein Was ist das denn? Was ist das denn? Great Ich weiß nicht was es drin ist Ganz ruhig Ganz ruhig bleiben Mach doch noch einen dünneren Astien Die Scheiße Der Boot kriegt später einen Boost Ja trotzdem ist er noch unbeweglicher Fuck Die Schnelligkeit ist nicht das Schlimme Das Schlimme ist die Unbeweglichkeit Schnell genug ist es Aber allein jede Insel zu betreten Und dort alles aufzudecken Dauert länger als sechs Stunden Mein Freund An einem Stück wirst du wahnsinnig Ja das fühle ich Das ist das Schlimme ist das Schlimme Das ist eine Gruppe Ja, das war's. Also, um da hinzukommen, soll ich jetzt hier langlaufen. Das macht ja äußerst Sinn. Ach, ich muss gar nicht beide Fußspuren, nur eine Fußspur, okay. Jetzt zurück ins Lager. Ich will mein Bestes. 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 Klassen-Erbe Lance. Okay. Lans, 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 Lans. Ich will mein Bestes, Lans, 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 Lans. Ich will mein Bestes. Ich hoffe, dass es ihnen glücklich macht. Es fühlt sich gut, nicht wahr? Ah! Finschmein' Old Butte! Sie hat sich weg, alles in Dock Nummer 3. Was? Insofern? Wir sind. Wir sind. Okay, dann folgt Samon zum Porten. Nicht eine Szene gesilbt, alter Schwede. Das ultimative Schiff. Ich hoffe, das lässt sich besser fahren. Ich habe nicht gedacht, dass wir wieder zurückkommen, um die König zu sehen, so schnell zu sehen. Was? Warum bist du wieder hier? Was? 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 Die Gears der Origen. Welche Gears wären sie die Wände, um dich zu steuern? Die Ouroboros und die Schwerte des Endes haben. Sie haben uns so weit gebracht. Ich würde mich nicht überraschend sein. Ich verstehe. In diesem Fall werde ich glücklich überraschend sein. Was? 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 Meinst du, da kann ich runterspringen? Ach, warte mal. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, was hier kommt, was hier kommt, was hier kommt. Lass uns es rausnehmen. Ach. Kein Fluchwort. Kein Fluchwort. Kein Fluchwort. Kein Fluchwort. Kein Fluchwort. Kein Fluchwort. Sonst würde es direkt einen Bun geben. Na sowas. Level 56 würde mich angreifen, ist dein Ernst? Oh Mann, da unten ist noch was. Zwei sogar, traurig. Kann er sich mal ein bisschen bewegen, der dicke Fisch? Ja weg. 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 den fisch brauchst du auch für x gems krass was hätte ich jetzt am wenigsten gedacht das video von heute habe ich selber auch noch nicht geliked das mache ich doch auch direkt mal zack gerne das video von heute liken leute würde mich sehr freuen ich weiß tat ja hier brauche ich das auch nicht sagen das ist eher für neue zuschauer falls er lange youtube kanal youtube account hat auch gerne like auf video lassen den kanal abonnieren da kannst du deine geistreichen kommentare dann auch nochmal unter jedem video verfassen deine gedanken die du zum video hast damit die auch jeder mitbekommt mitbekommt ich glaube 60 den kann man eigentlich mal besiegen bisschen zeit hätten wir noch mitbekommt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, krieg ich mit dem jetzt 46 hin. Schaufe es. Oh, knappe. Wer oder was ist ein Bonöl? Lieber nicht näher, lass mal lieber. Besser ist das. Metal, Leute. Gegnertechnik, Seelenkontrolle, Düsenstrahl. Ich werde mein Bestes machen. Das war ein schönes Bezug. Das war ein schönes Bezug. Ah. 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 Okay. Okay. War echt das Vorletzte des Ursprungsbetal. Ich bin sauer. Wo muss ich hin? Das war ein tolles Feind. Das sind 500 Meter. Das war aber voll nah. Wieso glaube ich denn da lang? Ach, das ist gar nicht das, wo ich hin muss. Das ist gut, dass ich hier bin, dann kann ich da vorne auch endlich mal diesen Feind machen. Wieder schönen Noppernmünzen. Oh, den Drachen könnte ich auch besiegen. Noppernmünzen. Gibt es irgendein Monster, was nicht wichtig ist für X-Gems? 5, geil. 75, aber kein Bock hier zu sterben. Mache ich mal Off-Stream. Das geht um, was nicht wichtig ist für X-Gems. Wir bekommen einen Origen-Metal-Readout von diesem Bereich, glaube ich. Kämpfen? Kämpfen. Äh, gut leben! Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bitte sag mir, ich hab jetzt alle Nebenhandlung Noah Aus und links Nebenhandlung Noah Ich mache mein Bestes Das war's für heute. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Held-Missionen oder eher langer. Moins, Goppel! Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Ich würde sagen, ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen, 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 ich würde sagen, ich würde sagen. 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 Wir beenden aber jetzt hier erstmal die Folge. Ich muss auch so dringend auf Toilette. Liked alle das Video, gerne Kanal abonnieren, auch damit ihr das Finale nicht verpasst. Wieso habe ich denn hier Dreck? Foxy, danke für 100 Bits, vielen Dank. Jo, bis zum nächsten Stream, gerne bis morgen und auch an die Leute auf Youtube, haut rein.